Die richtigen Fragen bestimmen quasi dein gesamtes Leben. Und wahrscheinlich hast du das schon öfters gehört, aber probieren wir es einfach einmal aus. Wenn du dir die Frage stellst, zum Beispiel, warum muss immer mir das passieren? Naja, wo wird sich dein Gehirn hinrichten? Welchen Fokus wird dein Gehirn haben? Du in dir selbst wirst denken, bei mir passt was nicht, bei mir passieren immer nur schlechte Dinge. Wenn du aber dir die Frage stellst, was kann ich tun, damit ich aus dieser Situation rauskomme? Was kann ich tun, damit ich meine Schleife, die gerade etwas ungut ist, loslassen kann? Was kann ich tun, damit ich mein Ziel verwirklichen kann? Was kann ich tun, damit ich eine Lösung finde? Also was kannst du tun? Es ist eine ganz andere Fragestellung und so easy und so leicht. Und dein Fokus wird genau auf was gerichtet? Was du tun kannst. Probier es einmal aus.